Ihr dachtet, die Star-Wars-Filme wären chronologischer Mist? Oder habt ihr noch nichts von meiner Lieblingsserie Star Wars The Clone Wars gehört? Ja, die Serie, die 2010, die sogar 2009 begonnen hatte. Chronologisch gesehen ist die 16. Folge nämlich die erste Folge. Die 16. Folge der zweiten Staffel. Also haltet euch fest und wir starten in diese wunderbare Folge. Star Wars The Clone Wars Star Wars The Clone Wars Staffel 2, Folge 16, startet mit den Worten Ein weiser Führer weiß, wenn man folgen muss. A wise leader knows when to follow. Also schön, fangen wir an. Die Folge spielt auf Christophsis. Das ist nicht die kleine Schwester von Creeper Master, sondern ein Planet voller Kristalle. Und ja, dort ist alles mit Kristallen und auskristallen und aus alles möglichen und ja, Kristalle halt. Darum ist der Planet auch so wertvoll. Die Konfederation unabhängiger Systeme, oder besser bekannt als die Separatisten-Allianz, haben eine Blockade über den Planeten verhängt. Das blockiert die Hilfsaktion von Senator Bail Organa. Der Dude ist quasi so etwas wie der König von Alderaan, also dem Planeten, der in Episode 4 von Star Wars einen einzigartigen Besuch von Todessternen genießen durfte. Um Bail Organa zu retten, schickt die Republik eine viel zu kleine Flotille, die auf den ersten Blick zu wenig Schiffe hat, um es mit der Blockade aufzunehmen. Na gut, das würde also passieren, wenn Deutschland wieder anfangen würde, fremde Länder zu überfallen. Auf der Brücke der Resolute sind Admiral Yularen, Anakin Skywalker und Senator Organo gerade im Discord unterwegs. Senator Organa macht hier nochmal klar, dass er echt krass in der Klemme steckt und dringend Hilfe braucht. Sie halten es kaum noch aus und dann bricht auch noch die Verbindung ab. Senator Organa hat nun also auch noch Probleme mit Vodafone. Darum greifen die republikanischen Truppen weiter an. Yularen fällt hierbei etwas auf. Die Republik scheint hier so schwach zu sein, dass das Kommandoschiff der Separatisten eiskalt auf sich zufliegen kann, ohne dass sie die Schilde hochfahren oder dass irgendeiner auf die Idee kommt, auf das Schiff zurückzuschießen. Stattdessen werden weiter die Schiffe in der Entfernung, ja, beschossen. Also wirklich, good job, die Republik schickt hier einfach eine viel zu kleine Flotte in die Schlacht und weigert sich dann auch noch auf die feindlichen Schiffe zu schießen. Digga, sie wissen, wie die die Klonkriege gewinnen können. Auf der Brücke des separatistischen Kommandoschiffes bekommen wir nun den feindlichen Admiral zu sehen. Da diese Folge eine Anspielung auf den amerikanisch-japanischen Pazifik-Krieg sein soll, hat unser Spider-Man hier einen japanischen Akzent. Im Deutschen haben sie einfach Benjamin Blümchen genommen. Danke dafür. Der Bösewicht heißt hier Admiral Trench und Admiral Trench weiß offenbar, wie Krieg funktioniert und befehlt, die Versorgungsschiffe anzugreifen, die die Republik vollkommen ungeschützt einfach aufs Schlachtfeld geschickt hat. Überrascht von dieser wirklich unverschämten Attacke beraten sich nun Yulerim und Anakin. Denn wer hätte bloß damit gerechnet, dass die am schwächsten bewaffneten, am leichtesten gepanzerten und ungedeckten Schiffe einfach zerstört werden können. Anakin hat natürlich die Idee und sagt den Kommandanten einfach, Jo, mir kacke egal, was du denkst, wir fahren jetzt einfach los und fahren an diesem Schiff vorbei, was dauerhaft auf uns schießt und wir gewinnen dann. Dass dabei dann wahrscheinlich alle draufgehen und er den ganzen anderen Schiffen dabei komplett den ganzen Rücken der Resolute freilegt. Ja, hat er offenbar wohl nicht gedacht. Danke Anakin, so langsam weiß ich, wer die geniale Idee für eure Formation hatte. Glücklicherweise meldet ein Klon, dass Fracking Obi-Wan Kenobi mit Verstärkung aus dem Hyperraum aufgetaucht ist und die Republik nun statt drei Venatoren, vier Venator-Klasse Sternzerstörer besitzt. Das ist perfekt, denn dieses Schiff wird für den Rest der Folge gar nichts machen, außer dass Obi-Wan von der Brücke aus immer wieder in Anakins Discord-Channel hüpft, um ihn zu trollen. Obi-Wan erkennt aber, was für ein Vollidiot Anakin ist und sagt so, Anakin fragt aber zuerst so Und Obi-Wan so Doch Anakin ist bockig und will nicht. Darum hat Obi-Wan ein tolles neues Spielzeug für ihn. Anakins Gear ist nun geweckt und er befehlt den Rückzug hinter dem Mond von Christophsis. Denn wenn man etwas nicht sehen kann, dann weiß man auch nicht, wo der Feind gerade ist. Selbst Trench entscheidet, dass es es nicht wert ist, die Leute zu verfolgen und sagt so, nee, geht alle zurück auf eure Position, wir kriegen die noch. Anakin fliegt hier also nun runter zu Obi-Wan und will sein Spielzeug abholen. Obi-Wan trollt ihn hier und sagt, haha, ich schenke dir aber nichts. Doch der Anakin erst in drei Jahren zu Vader werden darf und er nicht ausrasten soll, zaubert er aus dem Nichts einfach so ein Schiff her. Und hier kommen wir zum Prachtstück der Folge. Einem Tarnkappenschiff. Es kann sich tarnen und ist somit unsichtbar. Es stellt quasi also ein Äquivalent zu den U-Booten hier in der realen Welt dar. Da ich U-Boote liebe und diese Folge alleine deshalb schon mega schön ist, ja, weiß ich auch direkt schon, wie Anakin reagieren wird. Anakin ist nämlich mindestens genauso begeistert wie ich und sagt so, Ja Mann, mit diesem Schiff hicke ich die Bösen richtig. Doch Obi-Wan hat gesehen, wie effektiv die Angriffe von Anakin sind und sagt so, Anakin, guck mal, ich übernehme den Angriff hier im Raum und du schickst die lebenswichtigen Hilfsgüter runter zu Bail Organa, damit die auch irgendwie ankommen. Währenddessen hat Admiral Yularen Freizeit und spielt eine Runde Fortnite an seinem PC. Dabei wird er jedoch von einem Spieler namens Admiral-Trench gekillt und Rage critet wegen den Lags und schiebt die Schuld auf Kack-Vodafone-Internet. Anschließend will er den Spieler DDoßen. Dabei fällt ihm auf, dass seine IP von Christophsis kommt. Yularen ist sich sicher, es muss der feindliche Kommandant sein. Schnell rennt er zu Anakin, runter aufs komplett andere Schiff und sagt so, Yo Anakin, darf ich bitte, bitte mitkommen? Ich will heute zumindest noch irgendeinen epischen Sieg machen. Und Anakin ist so, ja, okay. Ich wiederhole hier nochmal, sie schicken den Kommandierenden General sowie den Kommandierenden Admiral gemeinsam in einem Prototypen, von dem sie nicht wissen, ob er funktioniert, runter in ein komplett feindliches Gebiet an einer feindlichen Blockade vorbei. Ne man, ich weiß nicht, was dabei schief gehen könnte. Unser Äquivalent zu einem U-Boot ist nun also bereit zum Ablegen und startet los. Hierbei ist Anakin so... Fluten! Bei den Bösen wird Trench von seinem Zeitkick genervt, der ununterbrochen sämtliche NFTs auflistet, in die er reininvestiert hat. Trench interessiert sich lediglich für das Christophsis NFT und sagt dem Druiden so, yo, kauf das mal, auch wenn Montana Black es gerade für 600 Ethereum gekauft hat. Nein, aber mal ehrlich, Trench schickt hier die Hyena-Bomber los, um den Widerstand der Einwohner zu brechen und um die Republik zu einem Gegenangriff zu provozieren. Eine weitere Assoziation mit den U-Booten bekommen wir an Bord des Tarnkommenschiffs gezeigt. Das Radar des Schiffes macht ein bekanntes Geräusch. Und hier wird uns auch sehr viel von der Einrichtung des Schiffes gezeigt. Vergleicht man nun dieses mit der Einrichtung eines U-Bootes, dann wird noch einmal deutlich, woran sich hier inspiriert wurde. Glücklicherweise werden sie hier nicht von den Hyena-Bombern entdeckt und können weiterfliegen. Durch die Bomber kam also glücklicherweise niemand zu Schaden. Sie nehmen Kurs auf Bail Organa und das Kommandozentrum, sie wollen es bombardieren! Dafür bekommt Bail Organa die volle Ladung der Bomber zu spüren und callt so Obi-Wan Kenobi. Hier droppt er auch einfach mal die Help-Ass-Obi-Wan-Kenobi-Line, was jedem Star-Wars-Fan einfach nur erfreut. Obi-Wan callt darum Anakin und sagt so, bro, du solltest die Verstärkung und Versorgungsgüter bringen, was ist da los? Ich mach das hier schon mit Trench. Da Yolaram aber die Fortnite-Skills von Trench kennt, warnt er Obi-Wan. So It's a Trap mäßig. Anakin ghostet hier also Obi-Wan und will die Sache selbst in die Hand nehmen. Er revealed hier Trench, dass sie ein Tarnkappenschiff haben und greift an. Doch der Angriff wird von den Thermoschilden von Trench abgefangen. Kurze Erklärung, in Star Wars gibt es zwei Arten von Schilde. Thermoschilde, die Projektile abwehren können. Und Strahlenschilde, die gegen Blaster und Turbelaser beschuss sind. Und ja, das ist etwas unterschiedliches. Trench schießt hier mit seinen Torpedos zurück und nur durch die abgefeuerten Leuchtraketen kommen Anakin und seine Männer hier mit dem Leben davon. Darum befiehlt Trench auch, hier die Laserkanonen einzusetzen und Anakin somit den Fluchtweg abzuschneiden. Der NFT-Droide sagt nach einer Weile, dass sie nichts getroffen haben und Trench freut sich. Ein normaler Klon hätte nämlich nicht den Skill, um diesen Angriffen zu entkommen. Darum muss es sich um einen Jedi handeln, da die bekanntlich durch die Macht voll die Hacker sind. By the way, ist euch schon mal aufgefallen, dass in The Clone Wars die Republik immer reinzackt und einfach nie eine gute Strategie hat und die Separatisten immer am Gewinn sind. Die gewinnen nur, wenn sie Kriegsverbrechen begehen oder die komischen Hacker-Münche ankommen und mit ihren OP-Waffen alles vernichten. Rex, Cody und jeder andere Klon wäre schon so oft gestorben ohne die Jedi. Wie dem auch sei, Trench plexed hier mit seinen 500 GB Datenvolumen und startet einen IRL-Stream von der Brücke des Schiffes aus, wo er über die Jedi lästert. Er sagt hier auch einfach, dass er sich mit Tarnkappenschiffen auskennt und die ganzen Bewohner von Christophsis leiden lassen möchte. Trench ist einfach ein Badder, ist wirklich, er ist cool. Obi-Wan kommt hier einfach wieder in den Discord rein und sagt Jolarem, dass Trenches Gegner früher Tarnkappenschiffe besaßen und dass er sie mit der magnetischen Signatur erfasst, um sie zu verfolgen. Obi-Wan fängt hier aber auch wieder an, Anakin zu sagen, dass er mit dem Schiff ein Kack-Noob ist und endlich Senator Organa helfen soll, da der gerade mächtig aufs Maul bekommt. Aber Anakins Mitgefühl hält sich in Grenzen und er ghostet Obi-Wan hier wieder. Sie greifen nun also wieder an und wollen, dass Trench auf sie schießt. Trench lockt die magnetische Signatur und die Torpedos prallen ab. Er will nun seine eigenen Torpedos losschicken, aber Mr. NFT sagt ihm so, dass er nicht schießen kann, solange die eigenen Schilde aktiviert sind. Darum schalten sie ihre Schilde ab und schießen. Anakin dreht nun also mit dem Schiffbomb und sagt so, yo, alles auf die Triebwerke, wir müssen hier so schnell wie möglich dran vorbeifliegen. Und Trench erkennt, dass er in die Falle getappt ist. Trench kann seine Schilde nicht mehr hochfahren und die Brücke wird gesprengt. Well, das wird er wohl kaum überlebt haben, oder? Ich liebe Star Wars. Und ja, im Prinzip war's das auch schon mit der Folge. Die Republik hat ein cooles neues Schiff und konnte damit in den ersten Wochen der Klonkriege einen hohen Admiral der Separatisten besiegen. Ich freue mich schon darauf, dieses Schiff in weiteren Folgen zu sehen. Weh, warte mal, das kommt in keiner anderen Folge mehr vor, aber das ist doch so eine gute Waffe. Ich meine, das kann man für alles Mögliche einsetzen. Die können sich damit einfach hinter die feindlichen Reihen. Produziert doch einfach tausend Stück davon und greift damit alle möglichen separatistischen Einrichtungen. Ach, egal. Und ja, das war's mit Star Wars The Clone Wars Staffel 2 Folge 16. Die chronologisch erste Folge von Star Wars The Clone Wars. Wie hat euch dieses Video gefallen und ja, wollt ihr mehr davon sehen? Ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und hier bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Anschauen und ciao, Leute. Das war's für heute.